Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer bei Perlitz Musikstunde. Heute spielen wir miteinander den Kuppe Noag. Kuppe Noag ist ein Tanzlied und der Text heißt auch Tanz mit mir, ich tanze mit dir, wir tanzen rundherum. Einmal geht es hinüber, einmal geht es hier rüber. Tanz mit mir, ich tanze mit dir, wir tanzen rundherum. Das Lied hat Sprünge in der rechten Hand, es kommen vor die Töne vom C bis zum G und es kommt zum ersten Mal eine halbe Pause vor. Die linke Hand begleitet mit Zweierakkorden. Ich zeige euch, wie ihr die Zweierakkorde spielt und vor allem, an welcher Stelle ihr sie spielt. Also, macht mit! Bis gleich auf der anderen Seite.